Viele, die herrschende Politik als verlogen und als verbrecherisch erkennen. Es reicht! Ich habe den Medien gesagt, wir fühlen uns wirklich nicht gut. Das ist nicht etwas, worauf wir stolz sind. Das ist das Allerletzte angesichts der Opfer. Aber ich habe auch gesagt, wir wollen das einfach nie wieder erleben. Und das heißt, alle Atomanlagen abschalten sofort! Liebe Anwesende! Liebe Anwesende! Wann wird Technikgläubigkeit zur Körperverletzung? Ab wann ist Profitstreben mörderisch? Die Atomkatastrophe von Fukushima mit nicht absehbaren Folgen und menschlichem Leid hat diese Frage in grauenhafter Weise beantwortet. Wir wissen, Atomanlagen sind nie sicher. Der Betrieb ist unverantwortlich. Wir wollen das nicht mehr abschalten. Und wir erleben dasselbe wie damals nach Tschernobyl. Direkt nach der Katastrophe, es sind nur wenige Stunden vergangen, setzen die Atomkonzerne und die Politiker auf ihre alten Lügen und aufgefrischte Propaganda. Wie schon damals, als das Desaster in Tschernobyl als reines Ostblockmoment dargestellt wurde, verweisen Sie nun zynisch auf die Unwahrscheinlichkeit von Tsunamis in der BRD. Die realen Gefahren, Störfälle, beinahe Gauss, strahlender Abfall für tausend von Jahren, Flugzeugabstürze oder Sabotage werden kleingeredet oder ganz verleugnet. Die vier großen Energiekonzerne bauen eine Angstkulisse von Stromknappheit, Verlust von Arbeitsplätzen und sinkendem Lebensstandard auf. Unterdessen faseln ihre Klacköre aus der Politik erneut von Brückentechnologie. Ein Umdenken, ein Umdenken hat nicht stattgefunden, weder in den Vorstandsetagen der Konzerne noch in den Parlamenten. Warum auch? Es geht nach wie vor nur um eines, es geht ums Geld, sicherer Profit geht vor Sicherheit von Mensch und Umwelt. Wenn die Parole vom Lügenpakt stimmt, dann in diesem Zusammenhang. Die AKW-Betreiber sind fein raus. Das atomare Unfallrisiko ihrer Anlagen ist nicht versichert. Egal, die jahrzehntelang gewachsene Kumpanei zu Regierungen, alle Couleur, sichert ihnen im Katastrophenfall eine Haftungsbegrenzung zu. Dass bei ihrem schmutzigen Geschäft Atommüll für tausende von Jahren hoch radioaktiv strahlend anfällt, der nicht entsorgt werden kann. Egal, die Kumpanei zu Regierungen, alle Couleur, sichert ihnen den Weiterbetrieb bei fehlendem Entsorgungsnachweis zu. Diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Nun gehören, wenn wir schon rufen Lügenpakt, völlig gerechtfertigterweise, gehören zu Lügen und Propaganda aber immer auch zwei. Nein, diejenigen, die sie erfinden und aussprechen und diejenigen, die sie glauben. Und so muss gefragt werden, und so muss gefragt werden, und die Kritik richtet sich an uns selbst. Warum hat erst der Laufzeitverlängerungsbeschluss der momentanen Regierung zu den verstärkten Protesten im letzten Jahr geführt? War es vorher wirklich besser? Wie stark, und das richtet sich an uns, wie stark ist das Bedürfnis vieler nach einem ungestörten, ruhigen Leben und Konsum, wie hoch ist der Grad der Akzeptanz des Wahnsinns? Warum wurde nicht auch schon vorher der sogenannte Atomkonsens der damaligen rot-grünen Regierung als oberfauler Kompromiss wahrgenommen, sicherte er doch den AKW-Betreibern jahrzehntelangen Weiterbetrieb ihrer Anlagen zu und das noch unter Verzicht auf sicherheitstechnische Neuerungen. Damals, damals nach dem rot-grünen Beschluss, hat sich die Atomlobby noch bedankt. Noch bedankt bei einem gewissen Herrn Trittin, der heute schon als Kanzlerkandidat der Grünen gehandelt wird. Wir sagen, wir sind gerne bereit, aufzubrechen und wieder anzufangen mit einer breiten Bewegung. Aber wir werden die Fehler nicht vergessen. Bei einem Trittin hat sich damals die Atomlobby bedankt, dass er Zwischenlager an den einzelnen AKWs möglich machte, die das Verstopfen von Kastoren, die einfach nicht mehr transportiert werden konnten, damals zeitlich überbrückten. Wir haben das nicht vergessen als Anti-AKW-Bewegung. Wir sind misstrauisch. Die Fähigkeit, die Fähigkeit, Tschernobyl zu verdrängen und den Politikern wieder Glauben zu schenken, war bestimmend und verschleierte den Blick vieler auf die Realität. Eine politisch selektive Wahrnehmung unter Ausblendung unangenehmer Tatsachen führt zur Passivität und ist genau das, was Herrschaft erst möglich macht. Die Fähigkeit zu verdrängen ist seit Fukushima unterbrochen. Aber ich sage ganz vorsichtig, nur unterbrochen. Wir sind momentan Tausende, Zehntausende, ich schätze heute in der Republik über Hunderttausend. Und ich hoffe, dass der Prozess des Nicht-Verdrängen-Könnens noch lange anhält und dass wir nicht wieder in irgendwie einen beruhigten Schlaf verfallen. Momentan sind die Menschen sensibilisiert. Sie stellen Fragen, unangenehme Fragen. Das macht die Politik nervös. Deshalb erklären sich auch die politischen Salty rückwärts und die wüsteverlogene Propaganda und die Zahlen, die gehandelt werden von Seiten, auch von Gewerkschaftsführern, wie der Herr Sommer, der durchaus von 22 redet, Grüne 17. Also die Zahlen lese ich wie die Lottozahlen, 16, 17, 22. Aber das sind nicht unsere Zahlen. Wir sagen, die Dinger sind brandgefährlich. Wir wollen, dass sie abgeschaltet werden, sofort. Wir stehen hier in Neckarwestheim vor einem der Ältesten und, und das macht die Sache interessant und wichtig, vor dem jüngsten Reaktor der Republik. Dass jetzt Neckarwestheim 1 abgeschaltet ist, ist gut. Aber das reicht uns nicht. Die Unterteilung in Alt- und Neumeiler ist in ihrer Absicht von politischer Seite allzu offensichtlich. Wir sagen, auch jüngere Meiler sind nicht sicher. Jeder laufende Meiler ist eine Gefahr, produziert tonnenweise hochgiftigen Atommüll und gehört abgeschaltet. Sofort! Es gilt jetzt, einer dezentralen, demokratischen und auf erneuerbare Energie beruhenden Energieversorgung den Weg zu ebnen. Es gilt, und mein Vorredner hat es vorhin schon gesagt, die Macht der Konzerne zu brechen und die Strommonopole aufzulösen. Ohne diesen politischen Schritt wird es nie besser werden. Das ist ein Ziel. Es liegt jetzt an uns, den Druck aufrechtzuerhalten. Nur der Druck der Straße ändert etwas an den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und nur wir werden die richtigen Forderungen stellen. Das wird niemand für uns tun. Wir werden den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken keinesfalls akzeptieren. Egal mit welchen Lügen und unter welcher Regierung auch immer er uns schmackhaft gemacht werden soll. Wir sind nicht bereit, dem profitgesteuerten Gedankengang eines verheerenden Restrisikos zu folgen. Wenn Sie uns ein Restrisiko zumuten, werden wir zum Risiko für Ihre Politik. Es ist ja nicht so, dass wir nur auf die Straße gehen. Wobei das eine wunderbare Sache ist. Aber es reicht nicht. Viele von uns haben bereits im November letzten Jahres die Kastoren auf ihrem Weg nach Gorleben blockiert. Bauern auf ihren Traktoren, Sitzblockierer und Schotterer leisteten aktiven Widerstand. Sie wurden als Gewalttäter und Kriminelle diffamiert. Wir, die wir hier stehen, wir wissen ganz genau, Körperverletzer und Kriminelle sind die Betreiber und die Verfechter von Atomanlagen. Spätestens nach Fukushima ist unglaublich vielen Menschen klar geworden, dass es gut ist, aber nicht ausreicht, massenweise auf die Straße zu gehen. Wir müssen noch weitergehen. Angefangen mit der Verweigerung als Konsumenten und dem Wechsel des Stromanbieters bis hin über die vielfältigsten Formen des Protestes müssen wir auch, und wir planen das im Laufe dieses Jahres unter Umständen dazu übergehen, ein laufendes AKW zu blockieren. Wir sagen, wir wissen, wir wissen, abschalten, das ist zwar irgendwo auch ein politischer Prozess, aber wir sagen ganz klar, Atomausstieg ist Handarbeit. Wir wissen das. Liebe Anwesende, ich komme zum Schluss. Für uns alle geht es in den nächsten Wochen, in den Monaten und Jahren daran zu fragen, wie weit wollen wir gehen. Wenn wir der Meinung sind, dass die Verhältnisse geändert werden müssen, tragen wir auch die Verantwortung für diesen Prozess. oder wir überlassen die Politik und die Gesellschaft wieder den etablierten Institutionen, den Parteien, den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften, dann wird sich nichts oder nur sehr wenig ändern. Maßstab unseres Handelns darf auch nicht nur eine deutsche oder europäische Befindlichkeit sein. Es geht eben nicht nur um Ökologie. Es nützt nichts, wenn die Waren das Biosiegel tragen oder Kampfpanzer am Hindukusch mit Biosprit fahren. Das ändert nichts an den Ausbeutungs- und Lebensbedingungen der Menschen weltweit. Wir müssen und werden die Zusammenhänge sehen und wir begreifen uns deshalb auch als eine soziale Bewegung, die Nein sagt zur Entmündigung und Ausbeutung. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut über die Einladung hierher, denn diese Fragen zu formulieren, hat seinen besonderen Reiz zurzeit in Baden-Württemberg. Wer glaubt wirklich, dass es eine grün-rote Landesregierung schon richtet oder wer stellt sich jetzt schon innerlich auf die Maxime des Machbaren und des Zweckpagmatismus ein. Ich darf mal fragen, ich würde gerne mal wissen, wer ist misstrauisch, der soll mal die Hand heben. Ein überzeugendes Bild, ich denke, wir sind uns da einig. Je bequemer wir sind, desto mehr werden wir fremdbestimmt werden. Aber da wir das nicht wollen, werden wir dranbleiben, voneinander lernen, mutig sein und Widerstand leisten. Es liegt an uns. Wir sehen uns, Abschaltblockaden rund um Herr Westheim vom 13. bis 21. August diesen Jahres. Dankeschön. Das war eine sehr köpfkommische Rede, die hat uns gut getan. Und nach so viel geistigem Input habt ihr jetzt auch eine kleine Hörpause verdient, und zwar mit den Rabiatisten. Sie spielen nochmal zwei Stücke und parallel dazu, wer möchte, kann bei unserer Mitmach-Aktion machen, ich habe es schon gesehen, hinten haben sich schon einige beteiligt.